Ananasuskus, was geht denn? Willkommen zu einem neuen Video. Heute wird wieder Tinder-Gerät mit Ilan natürlich. Dann hat heute einen anderen Style, Leute. Wir schauen mal, wie die Frauen dann bewerten. Ilan, komm mal rein. Zeig dir mal. Boah, heute elegant, Ilan. Yes, auf jeden Fall heute elegant, aber Freunde der Sonne, ich muss euch heute noch was sagen. So, auf jeden Fall wurde unser Video gepostet, beziehungsweise darauf wurde ein Reaction gemacht von Denison. Unser Bruder natürlich, so. Ich sage euch eins, der Bruder ist sehr witzig, der ist sehr unterhaltsam, aber da sind ein paar Sachen gesagt worden. Was natürlich nicht stimmt, so. Ich weiß nicht, ob er das aus Spaß gesagt hat, aber ich sage es euch jetzt schon mal voraus. Er meinte, wir sind auf Schnee. Wir sind nicht auf Schnee. Also weder wir sind auf Schnee oder aber auch auf Alk. Sind wir nicht. Das Ding ist, wir verpacken unsere Videos immer witzig. Wir verpacken unsere Videos immer witzig, weil, wenn wir ernst sind, dann wollen die Leute ja gar nicht zuschauen. Deswegen sind wir immer sympathisch, witzig, dass die Leute halt eben da draußen einfach nur was zum Lachen haben, dass die Unterhaltung haben. Und aus dem Grund sind wir auch so. Und ich will euch nur sagen, wir sind nicht auf Alkohol, wir sind auch nicht auf Drogen oder sonst was. So, Leute, dazu will ich auch noch was dazu sagen. Sowas nehmen wir gar nicht. Auch wenn da Hate-Kommentare kommen, ist uns scheißegal. Wir geben Gas. Und durch diese Hate-Kommentare sehen wir auch, dass wir langsam an unser Ziel näher kommen. Wir gehen short einfach zu. Heute wird es noch anders. Krass, Leute. Mit Ilan wieder natürlich. Konnte der Sonne, ich habe noch was vergessen. Und zwar, da waren noch ein paar Hate-Kommentare. Ich kann nur euch da draußen was sagen, die negativ über uns denken. Das ist uns scheißegal, weil wir machen unser Ding weiter und wir hustlen jeden Tag. Glaubt es mir einfach, es wird noch krasser, noch witziger. Und die Hate-Kommentare da draußen, die machen uns nur viel stärker. Habe ich recht oder nicht recht? Bruder, du hast recht, es ist uns scheißegal. Fertig. Kommentare kommen oder nicht. Wir geben einfach weiter Gas. Die Leute feiern das. Wenn die Leute feiern, feiern die das. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Und wir haben daran Spaß und wir machen das. Und weiter geht's, Bro. Also, viel Spaß bei dem Video. Wir sehen uns gleich. Hi. 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 Wie geht's euch? Gut, und dir? Sudku. Auch gut. Wie heisst du? Jasmina. Du? Alia. Was für Landfrau bist du da? Türkin. Oh, Türki, eh? Ich bin Deutsch. Anna, Anna, Sudku. Hi. Hi. Wie geht's? Gut, und dir? Auch gut. Wie heisst du? Vanessa. Vanessa. Was für Landfrau bist du, Vanessa? Deutsch, Türkisch, Kurdisch. Oh, was für eine Mischung. Okay. Wir haben den Ilan heute da und sehr, sehr elegant heute das erste Mal. Du musst ihn einfach nur bewerten. Hemd top. Tu ja auch. Passt dazu, ne? 10 von 10. Oh, shit. Hose hätte ich eine Jeans genommen. Eine Jeans? Ich habe eine Anzugshose genommen wegen Hemd. Passt nicht so? Ich hätte eine Jeans genommen. Okay, ja, ist deine Mal. Auch für den Turnschuh. Okay. Ist nicht schlimm. Nein, sie hat eigentlich recht. Habe ich mir auch schon ganz ehrlich gesagt. Ey, Jeans, Anzugshose, Jeans. Und weil du bist jetzt auch nicht auf einer Hochzeit mit dem Club. Oh, gut. Aber wir müssen was verbessern. Okay. Wir machen nur diesen Format vorm Club. Wir gehen nie Club rein, weil... Ich liebe keine Discos. Magst du Discos? Nein, eigentlich nicht so. Magst du Discos? Manchmal schon, ja. Du Kamera? Ich glaube nicht. Wir drehen immer vor Club und ja, genau. Was würdest du sagen? Aussehen? Du bist ein Typ oder so? Ja, von dem Typ gerade weg. Wie weg? Jetzt zu den Deutschen über. Okay. Okay, Ilan, du musst erst mal... Ausstecken. Jawohl. Mashallah. Sehr gut. Ich sage auch, warum. Okay. Habe ich letztes Format auch gesagt. Ich mag Frauen, die sich nicht so anziehen wie jede... Genau, das hast du erwähnt. Das hast du genau erwähnt. Und sie ist so perfekt. Die ist so anders. Genau. Fällt mir. Ja. Fertig. Und jetzt... Bewertung muss ich geben. Ja, 10 von 10. Okay. Jetzt komme ich kurz auf Aussehen. Schön gebreit. Schön gebreit. Sehr schöne Augen. Diese Augenfarbe liebe ich. Die verliebe ich. So, insgesamt. Bewertung. Halte mich fest. 10 von 10. Boah. 10 von 10. Okay. Ist das mal klar? Kaleisi? Pusse mal klar? Pusse mal klar? Pusse mal klar? Pusse mal klar? Warte, mach mal 93. Katsch. Okay, jetzt komme ich her. Und jetzt komme ich her. Was würdest du sagen, von Style her, von Aussehen her, eine Bewertung haben? 1 bis 10. Von Style her so? Schön. Sein Hemd passt dazu? Ja. Okay. Ja, schön. Ist schön. Schaut gepflegt aus. Schaut gepflegt aus? Ja, schaut aus ein bisschen wie Steuerberater oder so. Steuerberater? Ich habe lange gesagt, was bist du denn? Ich bin ja ein Finanzberater. Finanzberater kann auch sein, ne? Und von Aussehen her so? Kanake. Kanake. Rissiger Kanake. Erst einmal ein Kanake, genau. Ich bin ja da schlimm. Tatsächlich, ich habe tatsächlich ein BMW. Ein BMW. BMW ist auch gut, oder? Ja, ist okay. Aber magst du 1G mehr? Nein, das war nur so, weil er Kanake ist. Da war so Aussehen her, so was würdest du sagen? Du fresh aus? Ja, ist hübsch. Okay. Okay, was würdest du sagen? 1 bis 10? Von 10. 10 von 10? Ja. Mashallah, Bruder. Okay, du bist drauf. Also das Outfit ist sehr schön, ist elegant. Also gefällt mir auf jeden Fall. Ketten. Ja, ja. Auch von Aussehen her, wie findest du dein Aussehen? Also ich finde den hübsch, aber nicht so mein Typ. Ah, ist das so. Aber trotzdem hübsch. Okay, auf was Typen stehst du so? Eher so deutsch. Deutscher. Da bist du viel am Platz, bro. Bist du viel am Platz. Okay, ja, wie würdest du den bewerten? Ich würde ihnen eine 8 geben. 8 von 10? Eine stabile 8. Okay. Ist stabil, finde ich. Stabile 8. Okay. Okay, jetzt bist du, Ilandra. Okay. Erstmal sie bewertet. Outfit check. Erstmal will ich sagen, Dankeschön für die ganzen Bewertungen. Wir bleiben ehrlich. Genau, immer ehrlich. Und jetzt fangen wir mal bei ihr an. Sie hat auf jeden Fall ein tolles Kleid. Sieht sehr gut aus. Beziehungsweise, was heißt Kleid? Outfit. Genau. Sieht sehr gut aus. Schuhe sind gut. Rose ist gut. Paar zum Outfit, ne? Auch sehr gut. Haare natürlich schön. Und Black. Ey, Leute, jetzt denkt ihr, sie hat mir 10 von 10 gegeben. Jetzt gebe ich auch ein 10 von 10. Aber wirklich, ich gebe ein 10 von 10. Nicht, weil sie mir... Nicht, weil sie mir... 11 von 10, sag ich. Darf ich was sagen? Nicht, weil sie mir jetzt eine 10 von 10 gegeben hat. Ich würde sie oder so eine 10 von 10 geben. Stark. Sie ist wirklich sehr hübsch. Das ist jetzt ein Kleid zum Beispiel. Ja, auch sehr, sehr schön. Wirklich, sehr schön. Sie hat mir eine 8 gegeben. Genau. Ich, guck mal, auch eine 10 von 10. Auch 10, auch, Maschallallah. Auch, wirklich. Und jetzt denken die Leute, hey, warum gibt der nur 10 von 10? Leute, ganz kurz. Leute, bitte kommt mal hier selber her und bewertet mal selber. Ja, Allah. Wirklich 10 von 10. Ihr seht es ja selber. 10 von 10. Immer 10 von 10. Fertig. Nein, aber wirklich. Ja, okay, wirklich. Das ist eine kurze Frage. Für eine Bewertung würdest du ihr geben? Ich habe eine 10 von 10. Bruder, schau mal, ehrlich gesagt. Ich lasse euch bewerten. Nein, sag mal, bitte. Nein, sag mal, bitte. Nein, sag mal, das ist ein Highlight. Soll ich das jetzt mal sagen? Ein Highlight, bitte. Hey, ist deine Aufgabe. Nein, komm, bitte. Okay. Okay, Outfit sehr fresh, wie gesagt. Hast du ja schon alles gesagt. Oh, Black sieht fresh aus. Schönes Gesicht, süß. Bei ihr genauso. Okay. Kleid, Outfit, pass. Hier und hier. Auch, sieht auch sehr süß aus. Und ich kann mal sagen, beide 9 von 10. Wallah, 9 von 10, Wallah. Ich bewerte selber nicht. Ich lasse meinen Bruder immer bewerten. Wir machen diesen Format mit ihm immer zusammen. Und es wird auch immer so bleiben. 3, 4 Wochen. Genau. Tinder-Format auf YouTube. Wie würdest du sagen, Outfit check erst mal? 10 von 10 Outfit. Direkt mal 10 von 10. Gefällt dir so sein Outfit? Polo, T-Shirt, das Beste, was es gibt. Oh, shit. Von Aussehen also? 10 von 10. Bart ist fresh gemacht. Oh, shit. Seid auf Zupfer. Frisur ist 10 von 10. Oh, shit. Ah, ja. Okay. Elegal steht hier, Bro. Jetzt wirst du bewertet von Ilan. Mal gucken. Aber direkt mal Outfit check. Outfit check. Outfit check. Gebe ich ihr. Auch eine 10 von 10. 10 von 10. 10 von 10. Was gefällt dir so? Was gefällt mir dran? Äh. Ausstieg. Jetzt ausstieg. Hey. Nein, nein, nein. Okay, okay. Meine Familie schaut zu. Aber sie sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Danke. Meine Augen müssen... Also meine Augen... Okay, Aussehen, Outfit ist perfekt, sagst du? Aussehen so? Von Gesicht her so? Nein, auch eine 10 von 10. Okay, krass. Outfit check so? Was sagst du vom Style her so? Elegal zu sein? Ja, das Hemd vielleicht noch in die Hose, dann wäre alles okay. Okay, dann passt alles. Und vom Aussehen her so? Sein Aussehen ist schön? Ja. Jetzt würde es sein 1 bis 10? 8. 8 von 10. Okay, jetzt ist Ilandra. Wer werte du mal? Outfit check? Jawohl. Sehr elegant, sehr klassisch. Ich gebe eine sehr gute 9,2. 9,2. Stark? Wieso 9,2? Und kommt ein Meme von Denison. Wer ist das? Schwimmst du in meiner... Ha, 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 ha. Dein Geschmack so ein bisschen reinschwimmen oder was? Nein, 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 alles gut. Ich sag's lieber nicht. Willst du reinschwimmen oder... Ich gebe ihr eine 9,2, sie sieht sehr gut aus. Sie sieht sehr gut aus. Ist auch sehr nett. Aussehen auch schön? Sehr gut. Ist dein Typ? Ja. Okay. Nächste Frage ist Date or not. Würdest du Ilandra eine Chance geben, mal zu essen zu gehen, Kaffee trinken, irgendwas? Ja. Ja? So Kaffee trinken gehen? Ja. Okay, was sagst du Ilandra? Du hast ja 10VC gegeben, ist ja klar, ne? Freunde, wer bei sowas nicht ja sagt, hat einen Dachschaden. Natürlich ja. Dachschaden. Natürlich. Was für Dachschaden? Ein Knacks. Ein Knacks, okay. Okay. Date or not. Würdest du Ilandra eine Chance geben, also Kaffee trinken gehen, was essen gehen, was auch immer gehen? Also einen Kaffee, ja. Was sagst du? Nimmst du es an oder? Ähm. Ich lade sie herz und Seele ein. Oh shit. Herz und Seele. Beste Bürger aus ganz Nürnberg. Boah, stark gesagt. Tolgabi, wenn du es hörst, Herz und Seele. Tolgabi, bester Mann. Geil, geil, geil. Date or not, würdest du Ilandra... Du musst dich fragen, ja, ja. Aber ich will sie doch fragen. Achso, ah, okay. Würdest du Ilandra eine Chance geben, Kaffee zu trinken oder was essen gehen? Freund, also nein. Oh, aber ist es schlimm, dass du... Komm, kein Stress von dem Freund, ich habe nur Spaß gemacht. Ist aber nicht schlimm, ne? Nein, war schön. Okay, deswegen... Dankeschön. Kein Date. Sie hat einen Freund, er macht sich auch nicht am Vergeben heran. Ja, es hilft. Ich habe gehört, du kannst auch gut kochen. Ja, ich koche sehr gerne. Vielleicht kannst du mal für Ilandra was kochen. Mein Lieblingsessen ist Lasagne. Ich werde dir ohne zu lügen, Lasagne kann ich am besten. Boah, Ilandra, du hast ein Checkpoint. Warte, warte, Ilandra, endlich weg, bitte. Mach, ich bin Platz. Zeig mal, zeig mal den Kick, zeig mal den Kick. Boah, ich bin dran. Und dein Kick. Noch dein Kick. Zusammen, zusammen. Boah, krank. Kannst du es auch? Nicht hinfallen, nicht hinfallen. Okay, also... Hate. Date. Date ist drin. Ilandra mal eine Chance geben, Kaffee zu trinken oder was essen gehen zusammen. Ja, warum nicht? Jeder sollte doch eine Chance geben. Ja, man. Ilandra, nimmst du es an? Natürlich, natürlich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Liked das Video, kommentiert, abonniert mich. Und was sagen, Ilandra? Abonniert uns. Abonniert uns. Willst du auch noch was sagen? Abonniert uns einfach. Oh, shit. Anna, 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 Anna. Sattgruß. Sattgruß. Sag mal Sattgruß. Sattgruß. Einmal, einmal, einmal. Sattgruß. Einmal, nur. Ah, schade, egal, egal. Bis zum nächsten Mal. Sattgruß.